hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play hawks 1 im letzten part haben wir ein bisschen unsere raketenabwehrsystem zurückerobert das von artemis eingenommen wurde es war mal wieder ein bisschen schwierig für uns vorhin da wir erst eine falsche taktik hatten uns aufgeteilt haben aber wir haben es letzten endes doch recht gut überstanden und jetzt müssen wir in florida etwas machen so wie ich das jetzt verstanden habe ja man hört ihn jetzt gerade auch der liebe danny ist da hallo ja und dann würde ich mal sagen ab geht's operation wild horse cape canaveral cape canaveral florida usa der verlauf des krieges wendet sich langsam zu unseren zu unserem vorteil aus übersee ist verstärkung eingetroffen aber davor aber bevor der gegenangriff ausgeführt werden kann müssen wir die satelliten ersetzen die artemis zerstörte um den slams wieder zu aktivieren so 17 prozent jagdflieger 20 prozent bomber bodentruppen 43 prozent und marineeinheiten 20 gut schauen wir mal was die uns vorgeben an waffen video willkommen zurück captain ihre harte arbeit über den apalachen zahlt sich bereits aus die ghost teams berichten dass der knotenpunkt voll einsatzbereit ist und wir die radar zentren wieder unter unserer kontrolle haben jetzt müssen wir nur noch die neuen satelliten in den orbit bringen um das lasernetzwerk wieder herzustellen wir haben einen notfall shuttle start in cape canaveral vorbereitet um die laser plattformen zu ersetzen aber artemis wird sicher alles versuchen um uns aufzuhalten wir brauchen sie und ihren schwarm auf abruf über der anlage damit der feind den start nicht stören kann artemis wird alles aufbieten was sie haben um den shuttle start zu verhindern erwarten sie feindliche jäger und bomber und möglicherweise sogar bodentruppen wir haben nur einen versuch captain es ist unerlässlich dass dieser start läuft wie geplant beschützen sie die startanlagen um jeden preis viel glück wir brauchen kein glück da wäre ich mir nicht so sicher das hört sich auf jeden fall schon mal wieder recht an als wenn wir verkacken werden war ein schön flieger war das recht gut hat sogar geschwindigkeit geht so und handling auf uns mittelmäßig die rafall gut gegen es erinnert so ein bisschen an die euro fighter so von der form her so minimal ein bisschen abgerundet naja so minimal lang stecken abfangen eins join strike radar genengte raketen deutsch körper im wahr vorbereitungen fast abgeschlossen o tc und plt mit treibstoffzellen verbunden alle systeme startklar hauptschwarm hier major wallace wir haben ein shuttle voller ersatzsatelliten an der startrampe und die nasa beginnt gleich mit dem countdown cranshaw artemis wird alles daran setzen den start zu verhindern denn wenn wir das lamp system wieder aktivieren können dann können wir die gestohlenen raketen einfach abschießen sie müssen das shuttle um jeden preis beschützen captain es ist nicht kampftauglich und mit hoch explosiven treibstoff betankt ein paar gute treffer würden es in einen feuerball verwandeln artemis darf nicht heran auch nicht nach dem start verstanden verstanden sir wir lassen niemanden vorbei an viel glück gentlemen das leben von millionen amerikanern liegt in ihrer hand hocks schwarm hier ist citadel achtung ein großer banditenverband nähert sich peilung 090 sieht nach schweren transportern samt jägereskorte aus sie haben angriffsfreigabe die transporter setzen panzer ab empfehle sie konzentrieren sich auf die transportflieger und schießen sie ab bevor sie ihre ladung absetzen können zwei fliegen mit einer klappe verstanden citadel hocks greift an ein abschuss haben ein echtes problem transporter haben eine große panzerstreitmacht abgesetzt sie müssen die erledigen bevor die startanlage überwältigt wird die anzahl der angreifer ist kritisch wir werden bald überrannt feindflieger abgeschossen mein gott labern die viel ja ein bisschen kraft sie haben angriffsfreigabe achtung schwarmführer er kommt in schussweite welcher fach da wird mir angezeigt der ist so recht weit weg glaube ich sollte mal wieder zu dingens gehen ja da ist irgendwo wo muss ich denn jeder okay dass wir mal wieder nicht so weit weg ja ich versuche es auf jeden fall mal dass ich es nicht allzu weit weg fliege aber ich könnte mich gerade noch da hinten um den einen frachter da beziehungsweise ach komm her ne du frachter wo bist du viel glück feuer frei ja komm und schwarmführer mit abschuss mission control wie ist ihr status wir tanken den primär tank voll und gehen mit dem board computer die pre-flight checkliste durch wir können den countdown in wenigen minuten beginnen was ich noch sagen wollte das ist irgendwie ein sehr interessantes modell für ne für ein shuttle konzentrieren sie sich um jeden preis den feind vom shuttle fernhalten ich habe hier ein paar leute bei mir kannst du mal helfen weil ich krieg die nicht rein wenn ich im kreis fliege dann kriegst du die nicht irgendwie rein ich versuch's ach feindpanzer sind in schussweite zur abschussrampe schwarmführer sie haben einen banditen am heck der feind hat gerade die rampe getroffen ja ist ja schon gut ja da ist gebäude da immer ja ist ja schon gut ich habe ja schon meine radargelenken drauf feindpanzer sind in schussweite zur abschussrampe schießt sie ab ziel aufgeschaltet die abschussrampe wurde erneut getroffen stoppen sie die kerle nerv nicht fox 3 verfolgt abwurf bestätigt und trifft 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 yes so jetzt hätten den frachter gegner in raketenreichweite nein oh mal dieser boden außerdem empfangen ich kampfflugzeuge die sich schnell nähern verstanden wir kümmern uns um die verdienen genau so wenn sie die zahl der gegner niedrig halten werden wir siegen wenn sie die zahl der gegner niedrig halten ja kümmern sich um die hinten über auf hoher see ich kümmer mich um die hier mehr so über land ja so ah dieser frachter lässt schon wieder was ab halten sie sie noch einen moment auf mission control wie ist ihr status fast fertig der bordcomputer schließt die stadt checkliste ab noch 30 sekunden dann sind wir so weit sieht aus als wüsste der feind das auch es kommen noch mehr banditen das ist ein abschuss tschuldigung dass wir es momentan auch wieder etwas ruhiger sind aber wir konzentrieren ja 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 so der vorteil der radar gelenken ist die hat eine reichweite von zwölf kilometer Da ist eine andere da. Ich krieg irgendwie die kleinen hier nicht mehr rein. Komm. Ich krieg nur die fetten Fracht da rein. Ziel wurde erfasst. Solange die nur mir folgen, geht das ja noch in Ordnung. Verdien abgeschossen. Ah, die fliegen natürlich in den geilen Eurofighter. Nee, da wächst ich wieder zum Joint Strike. Ja, da können sie gerade eigentlich vergessen, hier im Nahkampf. Eben. Weil man muss die ja in dem Kreis halten. Das ist ein bisschen doof. Ja. Guter Abschluss, Captain. Gute Arbeit. Der Bereich der Abschlussanlage ist momentan sicher. Okay, gut. Das ist ja schön. Vier Sekunden bis Countdown. Racklete gestartet. Ziel verfehlt, verdammt. Ha ha. Alle Systeme grün. Sind bereit für den Start. Starten den Countdown. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Rack. Countdown stoppen. Countdown stoppen. Wir haben die Shuffle-Telemetrie verloren. Countdown zurücksetzen. Stand by. Mission Control. Was ist da los? Wir müssen den Vogel starten. Alle Daten. Hier ist Citadel. Sehe großes Flugzeug auf dem Schirm. Große Distanz. Könnte zur elektronischen Kriegsführung eingesetzt werden. Sieht unseren AWACS sehr ähnlich. Dieses Flugzeug wird von Artemis-Jägern eskortiert. Der Flieger muss sofort erledigt werden. Wir müssen das Shuttle in die Luft bekommen. Wir sind dran, Sir. Stand by. Hier, Mission Control. Wir haben nur fünf Minuten, bevor wir das Startfenster verlieren. Gut, mein hart ist zwar gestört, aber scheinbar kann ich die Banditen erfassen. Dasselbe bei mir. Und der Begrenzer funktioniert anscheinend auch. Könnte schlimmer sein. Verstanden? Holen wir uns ein paar Abschüsse. Ja, ist jetzt die Frage, welches von diesen blöden flackernden Dingern ist das AWACS? Oh, Achtung, Jungs. Werde von Feindradar erfasst. Verstanden, Casper? Habe Sichtkontakt zur Feindeskorte. Legen wir los. Wollen die wohl auch erstmal reinkriegen? Abruf bestätigt. So, jetzt komm mal her. Obwohl das eigentlich hier gestört ist, man kann die trotzdem mit Raketen abschießen. Hab ihn, er ist erledigt. Fox bereit. Das verwirrt einen irgendwie voll, dass es die ganze Zeit rumflackert. Ja, das ERS geht aber nicht. Das ist auch ein kleiner Nachteil, aber... Naja. Oh, er ist hier getroffen. Ernsthaft? Der muss kaputt gehen. Schussweite. Fox 2, an die 20 von hinten. Ich glaube, es hat die Erfahrung, die da steht, die sieht normal aus. Ist natürlich mal wieder ganz logisch. Hm. Boah, wie ist dieses scheiß AWACS, ey? Äh, ist... keine Ahnung mehr. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die ganzen, äh, ähm... ...die ganzen Banditen platt machen, bevor das AWACS überhaupt erscheint. Nein! Scheiße, bleib am Leben. Bleib bloß am Leben, du. Ja. Dankeschön. Was ist das da? Ey, Alter, wo ist das Ding, ey? Das geht ja noch auf den Sack, krass. Wo ist dieses scheiß AWACS, ey? Okay. 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 Vor allem die Banditen, die machen das Ganze ja nicht einfacher. So, jetzt komm mal her. Immer verfehlt, ey. Das ist doch mies. Nur noch zwei Minuten, bis wir das Startfenster verlieren. Beeilung! Ja, ja. Wo ist das hier jetzt? Ich hab's. Das ist ziemlich weit oben. Flieg mal Richtung Mitte von dem, äh, von dem Teil. Also, von... Ah, das ist da oben, das da ist. Ja. Das, was da an der Küste lang fliegt, über dem Meer, das ist es. Da sind ja zwei, ganz da oben, da. Ja. 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 So, jetzt sind nur noch... Meine Männer berichten, dass die Störung beseitigt wurde. Wie ist ihr Status? Jetzt sind nur noch die Banditen im Weg. Ruhig, wir haben alle Zeit der Welt. Sehr lustig, Sir. Na ja, alle Zeit der Welt, das hört sich anders an. Guter Treffer war's. Ziel erfasst. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Maschinenstart. Wir haben Zündung. Lift off. Shuffle ist unterwegs. Wow, schau nur, wie es fliegt. Außerordentlich, Hawks. Einen Moment dachte ich, wir würden es nicht schaffen, aber Sie haben es mir gezeigt. Ich gratuliere. Achtung, hier ist Citadel. Empfange Cruise Missiles in großer Entfernung. Die Vektoren ändern sich. Doch, ne. Nee. Ich wäre mehr angst. Schwarm, Hawks, Sie müssen diese Raketen schleunigst erledigen. Eine einzige könnte das Shuttle vernichten. Der gesamte Kriegsverlauf hängt an diesem Start. Crenshaw, geben Sie alles. Keine Sorge, Sir. An uns kommen Sie nicht vorbei. Ja, ich nehme die hier über Land. Nimm du die über Ozean. Naja, wir haben hier die Radargelenken. Ja, da geht das recht einfach mit. Eine neue Salbe von Cruise Missiles folgt dem Shuttle. Jo. Mein auch. Meine Keime. Guter Abschuss. Willst du den rechts nehmen, dann nehme ich nämlich den links. Wie meinst du jetzt? Naja, ich hab den ja schon in Reichweite. Dass du den genommen hättest, der näher dran wär. Für dich. Ja, ist jetzt egal, ist egal. Boah, wie schön das Ding startet, ey. Guck, die Flieger mal ein bisschen hinterher, ne? Ich dachte, also wir kriegen jetzt mit. Ich kann das Ding wieder einholen. Der Abstand verlängert sich. Und können den Slams Raketenschutzschild reaktivieren. Gute Arbeit, Hawks. Kommen Sie zurück zur Basis und erwarten Sie weitere Befehle. General Keating hat soeben gemeldet, dass es eine neue Entwicklung bei der Suche nach den Atomwaffen gibt. Neue Entwicklung? Was soll das denn bedeuten? Da sind sie. Ab 16.000 geht's abwärts. Ja, jetzt. Sturzflug. Ja, Mission erfolgreich. So. Ah, wird auch ein bisschen Erfahrung gekriegt. Leider keine VLAB. Was wissen du jetzt für ein Level? Äh, 15, 16. Oder so mein ich Wort hat. Ne, ich bin 17. Chief Master Sergeant. Chief Master Sergeant of the Air Force. To the Max. Ja, das ist doch mal was. Ja. To the Max. Die nächste Mission, Operation Javelin, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ihr, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und kommentiert schon fleißig. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Mission. Tsai Inghoff. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.